Ich spiele eigentlich Hockey seit ich vier Jahre alt bin, in die Jugendvereine, in die Jugendsektoren von Kaltern und Auer bin ich rausgeworden. Bei den Jugendvereinen ist es natürlich ganz wichtig, dass wir Sponsoren haben, lokale Firmen und Unternehmen, die den Jugendsektor unterstützen, damit die Kinder das Material haben, damit sie den Bus fahren können, auswärts und das braucht natürlich viele Ressourcen und deswegen ist es wichtig, dass die Unternehmen die Sportvereine unterstützen, nicht nur im Hockey, sondern natürlich auch andere Vereine. Deswegen mein Appell an euch ist der, dass wir einfach lokal einkaufen, die lokalen Unternehmen unterstützen, dass die heimischen Arbeitsplätze garantiert werden, dass das Geld im Land bleibt und dass das so wieder zurück zum Sport kommt und damit die Jugend von heute wieder Sport betreiben kann. Wir hoffen, dass die Situation bald gemeistert werden kann und dass es wieder alle ins Stadion kommen können, um uns anzufeuern. Wir würden uns mega freuen. In der Zwischenzeit können sie uns ja im Fernsehen ein bisschen anfeuern. Wir spüren die Wärme auch von daheim aus. Zum Schluss möchte ich euch allen frohe Weihnachten wünschen, ein schönes Fest und bleibt gesund. Vielen Dank. Vielen Dank.